Du hast mir ja schon wieder keinen Kaffee mitgebracht. Dich ist irgendwie kein Verlass. Dich ist irgendwie kein Verlass. Jungs und Dich ist irgendwie kein Verlass. Dich ist irgendwie kein Verlass. Und dann ist es irgendwie kein Verlass. Deine Berndung ist, dass es sich so ungefähr beinahe. Dich ist ein Verlass. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Und wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Herr Alter, der gehört auch irgendwie zur Kirche. Der wollte da irgendwo rein und ein paar Leuten da treffen. Das ist vom Weißen Ring. Ja, der gehört zur Kirche auch. Der macht da irgendwas, wollte bitte in der Kirche das treffen. Haben Sie keinen Luftballon gekriegt hier? Nein. Wie gesagt, die verschenken hier Luftballon. Der Dehm, ist der weg? Der Herr Dehm, ist der weg? Ich habe ihn jetzt nicht mehr gesehen. Schon länger nicht mehr, ne? Weil da werde ich nämlich jetzt den Bahnhof fahren nach Hause. Was soll ich jetzt noch hier? Ja. Ja, wir sind nicht über irgendeine Kirche. Wir sind nicht über irgendeine Kirche. Nein, ich gebe uns nicht. Damit haben wir eine Kirche. Ja, ich habe ihn nicht. Ah. WDR mediagroup GmbH Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ......